Goodbye London. Schmidt Media, der offizielle Medienpartner des DOSB, hat die Berichterstattung aus dem Deutschen Haus erfolgreich abgewickelt. Für rund 12 Millionen Zuschauer am Tag gab es spannende Interviews rund Olympia-Beiträge. Mit rund 40 Mitarbeitern produzierte Schmidt Media außerdem sechs Live-Talkshows, 225 Live-Schalten und die Pressekonferenzen des deutschen Teams. Phänomenaler Auftritt. Die Zürich-Olympia-Kampagne ist nicht nur bei den Usern ein voller Erfolg. Die Zahlen belegen auch eine hohe Werbewirksamkeit. Ich habe im Moment eine Conversion-Rate von 9 Prozent. Das heißt, 9 Prozent der Anfragen sind in Geschäft umgewandelt worden. Wenn man weiß, dass der Marktdurchschnitt bei ungefähr 1 Prozent liegt bei Kampagnen, würde ich auch sagen, das ist überdurchschnittlich gut. Die Zürich-Kampagne wird von Schmidt Media inhaltlich und strategisch begleitet. Erfolgreich dank Facebook. Das Europäische Institut für Medienoptimierung IMO hat in London seine neue Sportstudie präsentiert. Wir haben festgestellt, dass Sportler, die aktiv Social-Media-Kanäle nutzen, zum Beispiel in Facebook mit ihren Fans kommunizieren, dass die aus dieser Kommunikation mit den Fans tatsächlich mehr Motivation rausziehen können. IMO fördert den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis. Besonders Unternehmen können von diesen Erkenntnissen profitieren. Gold im Visier. 150 deutsche Athleten haben sich zu den Paralympischen Spielen nach London aufgemacht. Die deutsche Lufthansa hat die Sportler in Frankfurt offiziell verabschiedet. Wir haben ganz konkret eine Partnerschaft mit dem Deutschen Behinderten-Sportverband seit 2006, sind aber darüber hinaus auch die Official Airline. Lufthansa – ein starker Partner des paralympischen Teams.